8.100 Euro Roulette Gewinn Live Kessel Guggen Roulette Cracker Seltsam Gänzi Selm Gänzi Autor de Seltsam Gänzi Werte Gambler Heute ist Heiligabend, Montag der 24. Dezember 2012, um 12.15 Uhr und ich würde nunmehr mich in ein Internetcasino einloggen, dies alles abfilmen und versuchen, mit dem Roulette Cracker zu gewinnen. Ich mache dies aus dem Freien heraus, wir haben heute am Heiligabend Weihnachtstag in München 21 Grad Wärme, Sonnenschein, und ich liege auf der Sonnenliege auf der Terrasse, in der Badehose und lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen, und das am Heiligabend Weihnachtstag bei 21 Grad in München. Alles Handwerkszeug habe ich auch bereit, wie Handy umdeppt ab und werde es alles live abfilmen, und nun wollen wir mal sehen, was es mit den sagenumwägenden Roulette Cracker zu gewinnen gibt. Dieses von uns kostenlos zur Verfügung gestellt Programm liest ja als Kesselgucker noch schnell den Kessel aus, gibt aus, was zu setzen ist und das muss dann noch flugsgeschehen. Ich werde jetzt mal 10 Coops spielen, mit 10 Dollar stücken und schauen Sie sich die nachfolgende Live-Aufzeichnung an, die ich per Mikrofon kommentieren werde, aber sonst nicht mehr sagen kann, da immer sehr schnell und hektisch gesetzt werden muss, damit man es noch schafft. So, nun geht's los. So, jetzt geht's los. Die Frau hat schon gedreht. Jetzt kommt der Kessel. 17 34 6 27 13. Schauen wir mal, was es jetzt wird. Jawohl, die 6. Die 6 ist gekommen. Gewonnen. Gewonnen. So, die nächste Gruppe, die zweite Gruppe hier hinten am zweiten Tisch hat wenig zu tun. Jetzt greift sie rein. So, ich muss mich bereit machen. Es muss nämlich ganz schnell gesetzt werden, wenn der Computer das anzeigt. So, jetzt geht's rund. So, 6 27 13 36 11. Also, das kann ich nicht sehen. Die 27. Hurra, hurra. Schon wieder gewonnen. Da kann man nicht meckern heute ist schließlich weihnachten bei 21 grad in münchen so jetzt muss ich aber gleich wieder aufpassen die dreht schon wieder was er ausgibt muss erst warten bis jetzt hatte den großen ja 25 2 21 4 19 also 25 2 21 4 19 schon gesetzt alles schnell gesetzt die 21 herrlich herrlich wunderbar schon wieder gewonnen schon wieder gewonnen dreimal hintereinander gesetzt und dreimal hintereinander gewonnen da kann man doch nur wirklich nicht mehr so man die treter sehr schnell man kann hier sehr schnell reich werden jetzt 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 geht's los er muss erst warten bis der kessel da ist bis er den sehen kann so jetzt ab 23 8 30 11 36 23 8 30 11 36 soll ich setzen die 23 ist gekommen die 23 die hatten wir die hatte ganz als erstes auch ausgegeben wunderbar 4 gewinne ich sage heute ist weihnachten 21 grad haben wir in münchen ich liege hier auf der sonnenliege in der badehose in der sonne der computer mein laptop steht daneben und dann wird getoppt sieben 29 18 22 9 7 29 18 22 9 wunderbar die 18 ist gekommen und die haben wir die haben wir 1 2 3 4 5 mal gesetzt und fünf mal gewonnen hat das geht ja riesig an dieser roulette krieger das ist wirklich ein wunder ding man jetzt geht es ja schon gleich schon wieder los hier kommt man ja ganz aus der puste so jetzt schauen wir mal mal was er ausgibt was er ausgibt muss erst den kessel sehen jetzt 26 0 32 15 19 26 0 32 15 19 26 0 32 15 19 mal schauen mal schauen ja wunderbar die null ist gekommen die null ist gekommen also so schon wieder gewonnen also das sind ja nur gewinne hier das ist ja wunderbar was sagt sie jetzt da ist kann ich nicht so richtig verstehen was sie mir zu ruft hast du wieder gewonnen oder was die grobierfrau ruft mir da was zu wie sie auf dem bild steht so es geht da will aber schon wieder weitermachen man das geht aber ruck zuck hier jetzt ab die kugel so jetzt schauen wir mal was wir setzen müssen jetzt zeig ich dir an 19 4 21 2 25 19 4 21 2 25 19 4 21 2 25 alles schon gesetzt das geht zack 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 so die kugel dreht na mal schauen wo fällt der denn rein ja wieder die zwei herrlich schon wieder gewonnen die zwei ist gefallen und das haben wir gesetzt was sagt sie ich kann es nicht verstehen was sie gesagt also zu viel ist sie ist leider zu laut der autolärm auf der straße naja sie beglückwünscht mich vielleicht sie sieht ja dass ich hier ständig gewinne gerade sie macht sie jetzt schon so schnell hier ne so jetzt kommt der nächste schon abgedreht was müssen wir setzen kann er noch nicht jetzt 31 9 22 18 29 31 9 22 18 29 soll ich setzen schon gesetzt alles passiert alles na da kann man doch nicht meckern die 29 fällt die 29 ist gefallen so jetzt machen wir noch einen ich weiß nicht was sie mir da sagen will das kann ich leider nicht verstehen was sie da mir zuruft hier ja ich vielleicht sagst du wann verlierst du mal endlich jetzt mach ich mal einen und dann mach ich mal wieder schluss ja ja jetzt geht's los so jetzt schauen wir mal ja die hand kannst du hinhalten hoffentlich wird's was jawohl 20 14 31 9 22 20 14 31 9 22 da hat sich alles gesetzt jetzt schauen wir mal wo er reinfällt die 9 ha 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 es hat wieder mal geklappt so jetzt würde ich aber gerne dann doch erstmal schluss machen ich weiß nicht was sie mir da ständig rein ruft in die kamera muss ich erstmal hier eruieren es ist leider zu laut ich kann das hier nicht verstehen der Autolärm auf der Straße und so weiter ich sitze ja hier im Freien auf der Sonnenliege in der prallen Sonne und jetzt also jetzt werde ich mal nicht sitzen jetzt mach ich mal lieber schluss the transformation ganz unirlend mit das die 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 die